Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr Fehler korrigieren könnt. Das heißt, ihr strickt ein paar Maschen, stellt fest, ihr habt euch verstrickt, einen Fehler drin und nun müsst ihr die Reihe wieder aufmachen. Das zeige ich euch jetzt. Dafür stricken wir jetzt einfach mal. Ich nehme normale rechte Maschen. So, und angenommen wir haben jetzt einen Fehler drin, müssen wir jetzt diese sechs gestrickten Maschen wieder von der rechten Nadel auf die linke Nadel bekommen. Wieder aufstricken. Dafür müsst ihr einfach ein wenig ziehen und ihr seht hier dieses Loch. In dieses Loch geht ihr mit eurer linken Nadel und schiebt von der rechten Nadel eurer Masche runter und schon habt ihr die erste Masche wieder aufgestrickt. Nochmal. Ihr seht hier ein Loch da mit der linken Nadel rein und von der rechten Nadel die Schlaufe einfach runterziehen. Und somit wird ihr einfach wieder aufstricken. Das machen wir jetzt noch bis zum Anfang. Nochmal in das Loch rein, dieses Loch und die Masche runter. Und die letzte Masche. So und schon haben wir wieder alle Maschen auf der rechten Nadel mit der linken Nadel. Das war's schon und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüß! Das war's schon. So. 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 Vielen Dank.